Plötzlich nass. Einiges Missgeschick beim Sex. Kann ein Urlaub in Südamerika prickelnder beginnen als mit einer heißblütigen Liebesnacht? Der gut aussehende Surfer aus der Bar scheint so vielversprechend, dass sie mit ihm im Hotelzimmer landet. Dort wird es allerdings feuchter als gedacht, denn am Schluss tropft nicht nur der sexy rote Slip von Nässe. Diese und noch viele lustvolle Geschichten mehr findest du frei zum Lesen auf unserer Homepage edition-aurum.de